Es ist ein wunderbarer, sonniger Tag. Guck mal, wie die Farben sich alle zusammenpassen. Guck doch mal hin hier. Also wir sind dabei, also ich eigentlich weniger, ich bin gerade erst gekommen. Die anderen sind dabei und machen, ich stehe doof rum, genau, und machen also jetzt mal hier so den Prototypen des Häuschens. Look. Deswegen haben wir auch eine ganze Rolle gekauft. Das ist ja nur mal so zum Gucken. Also ich werde das weiter aufnehmen, wie das hier vor sich geht. So, jetzt wird eine Dachpappe geschnitten, weil natürlich diese Häuschen eine Dachpappe kriegen. Spezialisten. Guck mal, wer sitzt denn da schon. Probe. Das ist für ein schönes Eis hier in Wasporschi. Wenn du liebst, kriegst du auch so eins. So, jetzt ist die erste Hütte fertig. Schön, mit Rasen drin. Und jetzt fahren wir raus und stellen mal die erste Hütte auf. Wollen wir mal gucken, ob sich der Hund schon freut. So, jetzt wird das Punktstück, das erste, erste Prototyp, wird jetzt erstmal zu dem Hundchen gebracht. So, für diese Maus hier wird das Häuschen sein. Guckt euch das hier an. Ja. Da. Weißt du, seht ihr das? Guckt mal da. Ja. Das Dackelchen mit unserem Häuschen, ja. Dass sich die Leute nicht schämen. Aber die Leute schämen sich nicht. Die sagen einfach nur, ach guck mal, die blöden Deutschen bringen uns Häuschen. Wie schön. Ach guckt euch das Ding an. Da ist es frei hier. Ja und da hinten, weiß nicht, seht ihr, da haben wir schon eine Kiste von uns stehen. Und da sind die Hunde einfach an die Bäume angebunden, ja. Ja. Na ja, gut. Ich meine, wenigstens sind sie an der Luft und haben dann doch hier Köpfchen mit Wasser. Ist ja auch schon mal was, ne. Guck mal, das Dackelchen. Der würde auch lieber in einer Familie zu Hause leben. Och Mann, Mann, Mann. Und die Öhrchen ganz verkrustet. Oh ja, ja. So, jetzt gehen wir aber mal wieder zu unserer Hütte. Oh du, bist ja eine Süße. Guck mal, was die lieb ist. Auch ein dünn bist du. Guck. 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 Ja, schaut euch das an. Nee, das, 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 lieber ohne, warte mal. Guck. 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 Ja, so ist, so ist alles schief, aber ein bisschen schief macht ja nichts, oder? Oder ein bisschen drehen, weil, die, die Winde kommen von dort, weil das mehr ist. Aber das Süden. Ja, aber da kommt trotzdem der Wind her. Das ist schön. Lebande kommt von Osten. Das Süden. Wir bräuchten die Sache mit dem, mit dem Kompass. Da bräuchten wir jetzt diese Evelyn aus dem Dschungelcamp. Die hat das ja genau erklärt. Da ist noch einer frei. Ach, so ein süßes Ding. Was ist das denn? Sieht ja aus. Mal Dingsterbumster. Ach, ist ja süß. Also meine Lieben, so sieht das aus. Zeig mal, ob das Hundchen da hingeht. Lass mal das Hundchen hingehen. Ja, bin ich gerade. Ihr könnt ja auch noch ein bisschen drehen. Mal ein bisschen weiter hinten reintun, was? Ich bin auch schon ein bisschen reingegangen. Spätestens wenn es regnet, wird sie schon das merken. Das wären dann Bilder für die Sendung Zuhause im Glück. Die wird ja jetzt abgesetzt und wir machen sie weiter. Mit Hundchen. Wer bezahlt denn jetzt die Miete? Wir. Für die Hütten? Wir zahlen das. Übrigens möchte ich einen ganz recht herzlichen Dank an die Sabine Hitschfeld sagen. die schon mal die erste Spende für unsere Hundehütten mir geschickt hat. Ich muss jetzt nochmal genau ausrechnen. Wir haben natürlich jetzt da eine teure Dachpappe, weil wir nicht wussten, wo die herkamen und so. Also wir gucken mal, dass wir die noch billiger kriegen. Ich rechne aber, dass wir pro Hütte auf jeden Fall 20 Euro brauchen. Aber, und dann kommt noch mehr. Plus Nägel. Plus Nägel. Nägel, ja. Der Jockel ist der Nagelleer. Und, ähm. Und die Arbeitszeit. Ja, die Arbeitszeit machen wir. Wir machen das doch gerne. Die Minuten rechnen wir 5,70 Euro. Das machen wir doch gerne. Jetzt sind wir die deutschen Ärzte, gell. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Ah ja. Ich bringe das nächste Mal dann noch Farbe mit. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir da drauf den Namen von der Sabine schreiben können. Sodass jedes Hütchen sozusagen den Spender stehen hat. Na gut. Also. Meine Lieben. Mit einem letzten Blick auf die Claudia. Ah. Holla. Holla. Guck da. Die würden wir so gerne holen. Aber wir kriegen sie im Moment nicht. Und ein letzter Blick auf Dackelchen. Und mal gucken, ob sie uns für Hütten nicht klauen. Tschüss.